Die Statues alle fehlen. Wieder. Kurz vor Level 5. Paladin auch schon wieder. Es ist der absolute Wahnsinn. Oh, der hat natürlich... Oh, das haut leid. Oh, da kommt die Lidsch. Wo kommt der denn her? Out of nowhere. Aber der Paladin wacht auf. Und Steff zeigt nur da raus. Was? Was sind das denn hier für Games? Und Steff zeigt nur da raus.